Das Wunder von Treviso von Susanne Falk. Gesprochen von Dietmar Wunder. Die Aufnahme läuft. Diesen Oktober brach also das Chaos über Don Antonio herein. Es kam im penetranten Klingeln des Telefons daher, dessen Hall den Pater nun täglich etwa 22 Mal in blanke Verzweiflung stürzte. Das Telefon sprach zu Don Antonio und er sprach kein Italienisch. Vielmehr ereilten den Pater Anrufe pilgerwilliger Christen ohne Italienischkenntnisse aus aller Welt. Die Gespräche verliefen in etwa so. Pronto? Hallo? Si, pronto? Hallo? Hallo? Sie sprechen mit der Nummer Treviso 788563. Mit wem spreche ich? Hallo? Madonna, wer ist denn da? Si, ja, Madonna. Was? Hä? Was wollen Sie, Madonna? Es war einfach entsetzlich. Gestern war es ein kroatischer Mönch gewesen, dem er nach minutenlangem Gespräch endlich klarmachen konnte, dass Treviso über kein Bed and Breakfast verfügte. Heute hatte er einen Teilerfolg bei einem griechischen Geistlichen, mit dem er sich auf Altgriechisch darüber verständigte, dass das Pfarrhaus nicht in der Lage war, 47 griechisch-zypriotische Pilger mit Essen zu versorgen. Und dass es in Treviso kein Internetcafé gab. Das altgriechische Wort für Internetcafé stellte ihn jedoch vor eine echte Herausforderung, denn was der andere mit Raum, der die Verbindung zur Welt ist, sagen wollte, war ihm leider nicht sofort aufgegangen. Es ist die Hölle, stöhnte Don Antonio, als er wieder einmal Zuflucht in der Krypta suchte. Keiner hat gesagt, dass es leicht werden würde, antwortete Don Ignatio. Hast du nichts Besseres zu bieten als diese, diese Plattitüden, alter Mann? Ich könnte ein bisschen Trost gebrauchen. Für Trost ist der Herrgott zuständig. Heul dich doch bei dem aus. Musste er sich das bieten lassen? Vom schlecht gelaunten Geist eines Pfarrers beleidigt zu werden? Muss ich mir das von dir bieten lassen? Was willst du denn hören, mein Junge? Don Ignatio nannte ihn tatsächlich immer noch so wie damals. Offensichtlich war für ihn die Zeit stehen geblieben. Was soll ich dir sagen? Dass die Idee, eine Madonn-Statue zu präparieren, vielleicht doch nicht so genial war, weil das Ganze früher oder später aufliegen und man dich in ein Kloster auf Sizilien strafversetzen wird? Kann dir alles passieren, Junge, kann dir alles passieren. Aber wenn du mich fragst, ist es das allemal wert? Wieso glaubst du, dass es das wert ist? Erstaunt blickte Don Antonio zu Don Ignatius' Ecke hinüber. Denk nach, mein Junge. War dein Leben schon jemals interessanter? Dankeschön, Dietmar. Das war super. Dankeschön. Ich habe die ganze Zeit eigentlich beim Lesen und auch beim Hörbuch jetzt diese Bilder vor Augen gehabt. Ich habe also wirklich so diese Piazza oder beziehungsweise diesen Platz da gehabt vor Augen und habe dann gesehen, wie die in Anführungszeichen allälteren Männer, die Jungen da durch die Gegend laufen, wie der Bürgermeister dann da irgendwie rumstolziert und so. Und ich glaube, diese Bilder, die haben mir sehr geholfen, mich darauf vorzubereiten. Und das war natürlich letztendlich Verdienst der Autorin, dass sie halt wirklich diese Bilder durch die Sprache geschaffen hat, auf die ich mich im Grunde genommen nur noch aufsetzen musste. Am meisten Spaß gemacht darzustellen hat vielleicht der imaginäre Antworter am Telefon, beziehungsweise der Typ, der anruft bei Don Antonio und sagt, Arlo, das hat vielleicht am meisten Spaß gemacht, das zu spielen oder beziehungsweise zu lesen. Aber ansonsten muss ich sagen, sind alle Charaktere wundervoll gezeichnet. Bin ich ein Italien-Fan? Ja. Es ist so, dass ich wahnsinnig gerne italienisch essen gehe. Meine Frau ist schon immer sehr amüsiert, wenn ich sage, wollen wir nicht italienisch essen gehen? Dann sagt sie, können wir auch mal was anderes machen. Und dieses Gefühl, wenn man nach Italien fährt, zum Beispiel wenn man wirklich über die Alpen, dann so über die imaginäre Grenze fährt, dann merkt man sofort, dass dieses italienische Gefühl, dieses Temperament da ist, schon auf der ersten Tankstelle, wenn man die ansteuert.